Wenn man sich für ein Studium und einen Ort interessiert und entscheiden muss, ist das keine unbedeutende Frage, denn Räume sind keine Container, sondern beeinflussen unser Denken. Und moderne Theologie, so wie wir sie in Bern verstehen, ist ausgezeichnet durch vernetzte Räume. Und das will Theologie hier in Bern genau machen. Sie möchte einmal Vernetzung schaffen zu den anderen Fächern der Universität und Vernetzung zu dem, was wir Lebenswelt nennen, nämlich in die Stadt hinein. Sie ist gut verbunden ins Quartier, an den Bahnhof, in die Altstadt. Und all das soll hier eine moderne Theologie ausmachen und beeinflussen. Der Studienort und der Lebensort Bern bereichen sich gegenseitig. Hier ist alles erreichbar auf Laufdistanz, sei das die Universität, die vielen Bibliotheken, Freizeit, Kulturanlässe, Bars, Restaurants oder einfach ein Schwumm in der Aare. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020